Ich weiß nicht, und wir haben das Hausboot irgendwo näher in irgendeiner Insel geparkt, das weiß ich noch. Ja, das sehe ich noch. Hast du es wieder gefunden? Ja, das ist genau, nee, ist ein bisschen, sogar, äh, ein bisschen weiter. Ich glaube, das haben wir näher am Strand geparkt. Oh Gott, das sind auch wieder etliche Einwohner, aber weg hier. Bloß weg hier. Schnuller aufs Boot. Jetzt sehe ich gleich, ob die aufs Wasser rausholen. Nee, ich glaube, die können nicht schwimmen. Ich logge denen jetzt einfach mal an. Schauen wir mal, was passiert. Ja, hallo. Ja, das sind die, äh, ich studiere noch auf der Lizardard Farm. Nehmen wir. Ja, Leute. Vor allem, wie viel Scheißbaumstimme du da gefehlt hast. Hast du das Boot? Ja, auf dem Boot ist man eigentlich, oder im Wasser überhaupt, ist man eigentlich dann safe vor denen. Ja, ich springe zwar einmal kurz ins Wasser rein. Alter. Alter, hast du fast Smokidoki an? Ich kann dich gerade doppelt lachen. Alter, sorry. Alter. Was ist passiert? Also, oh Gott, jetzt muss ich deinen Streamer mal nochmal angucken. Ich bin jetzt aus dem Wasser rausgesprungen. Ja, aus dem Wasser raus, ja. Genau, aus dem Wasser aufs Boot. Ja. Und er hat automatisch die Keule gezogen. Und ich hab bloß so einen Schädel gesehen. Und ich so, oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das wäre auch gestern passiert, wo ich mich so erschrocken hab und auf einmal einen Kasten gedrückt hab. Und zack, hab ich's Wokidoki in der Hand. Alter, ohne Spaß, ja, ich laufe die ganze Zeit nur hinter deinen Scheißbaumstäben hin und her, ja. Du willst gar nicht wissen, wieviel Scheiße da mittlerweile liegt. Alter, der ist richtig angepisst, der eine Typ da. Dass ich auf dem Wasser bin. Soll herkommen. Ich schieße in ein paar Headshots und brauchst schon. Jawohl. Vor allem, ich glaube nämlich nicht, dass wir Bäume anbauen können. Somit müssen wir, wenn wir was Großes bauen wollen, immer wieder zurückkommen. Ich glaube, anpflanzen oder so ist, glaube ich, auf dieser Insel nicht möglich. Ja, zumindest im Gartenkasten, so als Kräuter und so anbauen. Wir haben einmal zwei Gärten, glaube ich, nur mit Blaubeeren anbauen. Da würde ich halt einfach brauchen. Und sobald wir Aluvera haben, dann müssen wir auch einen Teil rupfern. Mit Aluvera, weil die brauchen wir. Die verstärkt nämlich alle Kräutermischungen. Weil du kannst dir eine Kräutermischung holen, dann hast du wieder volle Ausdauer. Okay. Und eine Kräutermischung für Helf. Die für Ausdauer habe ich schon, aber die verwende ich halt so gut wie nie, weil ich habe ja noch Soda. Obwohl ich Kräuter eigentlich nicht voll bin. Könnte ich dir dann welche geben davon. Ohne Spaß, da unten links so viele Baumstämme. Oh Gott, ist der dort. Sehr schön. Ui. Hast du das Hausbott schon? Ja, ich habe jetzt so noch gegen einen Typen hier gekämpft. Und jetzt noch schön die kompletten Pfeile wieder. So, wo ich die überall verschossen habe. Hier irgendwo noch einer. Aber ich komme dann eigentlich damit ein Hausboot zurück. Okay, ich würde sagen, das Hausboot stellen wir dann einfach zwischen die Inseln und fertig. Genau. Aber das brauchen wir ja wirklich nur zum Erkunden. Weil das fährt halt einer unter anderem navigiert. Das wird mit dem fetten Pfeil die ganze Typen noch nicht aussteuern. Das ist mir zu anstrengend, sorry. Aber wir können ja auch nicht so weit da jetzt rein, wo wir jetzt gerade fahren, weil da gleich ein Lager von innen ist. Und du hast gesehen, was passieren kann, wenn wir die zum Stärk anpissen. Der war so Ramboden und rammt so ein Baumhaus weg. Oh mein, hallo. Oh, nee, Spaß, Alter, wenn du kommst, Alter. Jetzt nicht. So, dann nehmen wir mal Fahrt auf hier. So, das waren alle, die du jetzt gefällt hast. Die liegen jetzt alle da. Mal schauen, ob das vielleicht 40 Stück sind, die wir noch brauchen. Ne, 50 brauchen wir. Oh Gott. Ich glaube, da brauchen wir noch was. Wo ist das Maria? Ohne Spaß, ja, wir haben Sonnen. Ich habe alle drei Kräuter. Ja, mir fehlt noch ein scheiß Graut und ich finde es nicht. Ich fange schon einmal an, da aufzuladen. Alter, wie viele Baumstimmen da liegen. Einer ist sogar wieder ins Wasser gefallen. Ich ideo. Alter, was war das für ein Quietschen gerade? Das war mein Stuhl wahrscheinlich. Alles klar. Quietscht deiner so extrem? Ich habe mich halt jetzt mal wieder bewegt. Deswegen hat er wahrscheinlich mal wieder an Nix getan. Ja, ich habe mir gedacht, du kannst dich jetzt auf deinen alten, gammligen Bürostuhl setzen. Das ist mir jetzt extra gekauft, aber ich wollte einen verstellbaren Sitz haben, ja, mit Fußablage, ja. Ui. Wenn ich mir gedacht habe, so, boah, da richtig geil. Dann habe ich nach ungefähr vier Wochen oder so gemerkt, okay, ist nicht gut für dein Kreuz. Ich habe meinen neuen Stuhl bestellt, ja, jetzt habe ich so einen richtigen Gaming-Stuhl. Ah ja, okay. Die ja, 100 Euro. Oho. Wo wollen wir eigentlich das Hausboot hinlenken auf die Insel, oder? Ich würde sagen, ja. So zwischen die zwei Inseln, oder hinter die zweite, hinter die kleine Insel, die was wir da haben. Oh, ja. Gott dahinter. Ich würde sagen, das Hausboot verwenden wir wirklich nur zum Erkunden. Ja, auch nicht. Falls wir jetzt wirklich dann da mal weg müssen, weil wir zu nah ans Lager kommen. Genau. Was wir demnächst werden. Mhm. Oder da einfach, keine Ahnung, keine Bäume mehr nachspawnen, oder so. Wenn ich da zu den Klippen hinschaue, da, wenn ich so, wenn ich so, wenn ich so erst einmal noch die ganzen Bäume hier weg fälle, die kommen auf jeden Fall dann schön runter. Die können dann gleich, ähm, ja, die fallen dann gleich runter. Ja, du darfst halt nur den einen Baum nicht fällen, da, wo wir jetzt das Vogel aus hingesetzt haben. Ja, genau. Sonst kannst du alle fällen. Weil das ist halt safe Federn für uns alle. Sehr schön. Und das Spaß, ich habe gleich 14, ja? Jetzt habe ich 14 Baumstämme eingeladen. Es liegen immer noch gefüllte 20 rum. Wie viel brauchen wir? 50. Okay. Das heißt, den Rest musst du eigentlich zurückschwimmen. Ja, ich fülle jetzt gerade noch mal einen Wasserbeutel auf. Hast du den ausgeprunken, oder was? Nee, der war noch nicht ganz voll. Achso, okay. Ich habe 100 Prozent drin an. Okay, ich jetzt auch. Ja, erst mal wieder was essen, so, zack. Ah, okay. Und ein bisschen ruhen, Lizard. Einen Knochen habe ich noch. Okay, du solltest dann bei Zeit nochmal weg herkommen, weil es wird demnächst wieder dunkel. Und ich will beim Dunkeln nicht da sein. Okay, dann schwimme ich mal rüber. Ja, mach mal. Achso, dann können wir wieder in der Nacht hier noch aufpassen. Ja, aber ich glaube, das werden keine 50 Stämme sein. Hm, jetzt schauen wir mal. Ich meine, wir können noch ein Lager bauen, aber wir haben keine Baumstämme. Ja, okay, Baumstämme auch noch ein bisschen. Aber das sind jetzt, naja, zweimal 14. Also 28 und gerade mal die Hälfte von das, was wir brauchen. Boah. Ich glaube nicht, dass du in der Nacht da ein paar Bäume fällen willst. Ne, ne, das nicht. Also, die können wir jetzt so noch schön rüber transportieren. Ja, ist gleich voll. Und da oben liegt immer noch irgendwas. Oh, lieb, oh, lieb, oh, lieb. Ich glaube, die können wir nicht mal aufs Boot legen, weil die da durchfallen. Ja, ist voll, oder? Ja, ist voll. Soll ich noch einen Halter bauen? Haben wir genügend Stöcke eigentlich schon, oder? Ja, ich denke schon. Ja, dann, dann, ja. Bauen wir noch kurz. Lockholder. Ich werde extra dann eine Lücke freigelassen, ja, weil ich ja gewusst habe, dass wir nicht mehr Platz haben werden. Okay, 26 Stöcke. Ich brauche deine Stöcke auch noch. Okay. Schau, wie viel ich noch habe. Ja, passt. So, dann geben wir jetzt Gummi. Okay, dann kriegen wir die letzten paar Stämme da auch noch drauf. Sehr schön. So, jetzt können wir, warte, nochmal nachrechnen, ja? Wir hatten jetzt 28, nochmal 14, ja? Jetzt sind wir bei, naja, 52 Stämmen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hätte. Nee, 42 dann, oder? Nummer 28? Ja. Ja, 42. Ich glaube, da lagen noch Stämme im Wasser, oder hast du die gerade rausgefischt da? Äh, nee. Oder noch was? Da schwimmen, da schwimmen, da schwimmen, da waren da gerade noch Stämme. Hm, okay. Ich schaue noch kurz, ob da noch irgendwas rumliegt. Ähm, war da vielleicht oben, hast du die ganz oben schon? Ich habe alles von oben runtergezogen. Da liegen noch drei Stück. Okay. Ja, die habe ich noch Freund. Ja, die habe ich noch Freund. Achso, ja. Da war ich noch nicht. Da, da hängt der Stamm. Von der Treppe. Ah, okay. Oh Gott, da höre ich schon jemanden. Okay, na dann. Haben wir jetzt alle von denen? Da ist es voll. Ja, jetzt ist es voll. Perfekt. Alles klar, erst mal weg. Oder. Nein, ich werde es oder vorwärts? Vorwärts, okay. Oder, weiter. Oder, weiter. Oder, ja, weiter. Oder. Ich mache schon. Oder, schneller. Ohne Spass, ja. Jetzt können uns, glaube ich, noch locker zehn Stämme oder so. Ja, das werden wir. Das werden wir noch schaffen. Und dann wird das wahrscheinlich dann. Oder mache ich dann zumindest Schluss. Hiha. Alter, das ist eine Sähe mitternacht leider... Fünf Stunden. Wir haben jetzt locker fünf... Von den fünf Stunden haben wir locker eine Stunde damit verbraucht, es scheint locker zu bohren. Und es ist nicht mehr fertig. Das reicht wahrscheinlich nicht einmal, oder? Zwei Stunden wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber wir müssen das leider fertig bohren, weil wir keinen anderen Platz zum... zum speichern. Genau, nee, das machen wir doch fertig. Wir müssen! Das können wir nicht speichern. Heftig, ey. Ich kann das Boot leider nicht alleine steuern somit. Ist halt echt krank, Alter, was du dir denkst, was wir Baumstämme die ganze Zeit nur in den Pferd sahen. Aber ich meine, es teilt sich halt aus. Wir haben halt eine geile Hütte. Erstmal wieder Trinkwasser. Ja, Manu geht erst mal schwimmen. Kann das sein, dass das Boot gerade weggetrieben ist? Ich stehe nämlich gefühlt jetzt weiter weg. Dass ich das jetzt weggeschubst habe. Ja, fahren wir das wieder ein Stück näher ran. Fahr noch kurz Ausdauer. Oh leil, das ist echt weiter weg jetzt. Ja, komm sofort. Dass wir das dann näher wieder ran rudern. Alles klar, vorwärts. Passt, 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 passt. Ein bisschen in die Richtung. So. Perfekt eingepackt. Boah. Ich hoffe echt, dass die hier nicht auf diese Insel spawnen, weil dann rast ich aus. Wie können die da raus? Wenn die da rauskommen, dann spiele ich das wieder. Ah lol, jetzt wird mir echt kalt. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen am Feuer. Mir ist auch kalt. drauf geschissen. Ich will das scheiße ausreitswertig haben. Jetzt fängt das noch an. Da sind sie kalt. Ja. Du kriegst auch so leichte Frostanzeigen am Rand des Bildschirms, wenn die wirklich extrem kalt wird. Ich weiß, ich habe auch schon Schuhe an, ja? Kann mir kalt sein. Aber echte. Alles klar. Erstmal zum Feuer hinstellen. Willst du vielleicht eine Erechse haben? Oh ja. Essen. Alles klar. Machen wir mal zwei Erechsen. Zack, zack. Ja. Also die Bären und so weiter. Das ist immer schon ganz geil. Aber das hält nicht lange. Ich wollte noch Abwechslung. Jetzt fehlen halt echt noch, ich glaube 10 Stämme oder so. Vielleicht noch ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ich glaube es sind fast 20. Ist das Essen schon fertig? Ja. Alles klar, dann komme ich. Okay, ich bin wieder komplett voll. Ja, Erechse halt. Ja, zwei Stämme haben wir noch. Mehr haben wir nicht mehr. Nee. Ach du Kacke. Doch, da ist noch ein Stamm. Zwei Stämme sind da noch drin. Ja, die zwei, genau. Ja. Das heißt, wir brauchen auch noch 16 Stämme, Alter. Ja, 16. Einmal ein Lager komplett voll. Und dann können wir eh noch ein paar zusätzlich mitnehmen, weil wir wollten ja den Garten auch noch machen, da brauchen wir ja auch noch welche. Okay. So. Ich schaue es mit dem getrockneten aus. Ja. Getrocknet, getrocknet. Also wenn du willst, kannst du da ein bisschen getrocknetes Fleisch nehmen. Oh ja. Ist alles fertig. Soweit ich gesehen habe. Kontrollier es halt nochmal nach, ob es wirklich getrocknet ist. Weil wenn nicht, dann legst du da hin. Genau. Ist es, passt. Ist es, passt.